einen wunderschönen guten abend aus dem wunderschönen schneeparadies in der wunderschönen sachsen meine lieben freunde 3 von 9 am abend des 15 januar 2017 ich hoffe ich krieg die datumsanzeige irgendwie ins video und es schneit weiterhin ich habe eine neue kamera meine lieben freunde die wollte ich euch mit den heutigen tag präsentieren ihr seht es ist dunkel wie bernhard meine handy kamera kann sowas nicht filmen da wäre alles schwarz Licht würde spiegeln der kamera kann nicht trostlos hier ewig schnee wandern und das meine lieben freunde ist pulverschnee ein wunderschönen guter abend ich film gerade ich komme gleich genau es ist sehr schwierig anscheinend hier hoch zu kommen bleib hier unten stehen alles klar das war meine arbeitskollege jetzt geht es ab in die schule wenn ihr mal meine hand im schnee vor verschwinden sehen wollt könnt ihr das gerne mal haben jetzt bin ich unten und das sind ja nicht die ganze hand auf jeden fall hier sind wir so bei knapp 15 bis 20 zentimeter in schneewehen sind wir wahrscheinlich bei 30 bis 40 aber die echten werte sind eben nur so viele ich verabschiede mich hiermit und wünsche euch noch einen wunderschönen tag tschau